Musik Du sitzt in einem Proberaum, du kannst das sowieso nicht spielen. Na, manche Leute haben wenigstens Talent. Wo ist die Struktur, wo ist die Dynamik? Das ist Musik, das muss musikalisch klingen. Ich will einen Unterschied hören zwischen Refrain und Chorus. Wozu hast du ein Ride, wenn du es nicht benutzt? So, das Ganze jetzt nochmal von vorne, okay? Jetzt, die Noten raus. Wir machen das jetzt nach Noten. Wie wird das geprobt haben, drei Monate lang? Wie bin ich diesem gottverdammten betrüppsten Welpenblick? Hast du mich verstanden? Ihr habt drei Monate Zeit gehabt, das Stück zu proben. Morgen früh ist die Aufführung. Morgen früh! Bring mir die gottverdammten Noten jetzt! Musik 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 There's hope everywhere And there's enough love in the air I wish I was there And walking through poster marks Where without a wheelchair I know it has light in its face And use it to share Just let it go out on the air Tonight You To feel bad pain layers on my skin I'm letting your hands I'm feeling your bubble up within I'm calling on you To understand this is what I mean I'm letting your hands I'm feeling your bubble up within Check for Charlie Check me out of my mind And if I could I would Swallow and hold me by half the time Yeah, if I could I would try OU sieht Just let you know